Herzlich Willkommen bei S&D BAU TV. Wir sehen hier eine neue Webcam. Ich versuche, die in die Videobeschreibung zu kleben. Falls ich es vergesse, bitte daran erinnern in den Kommentaren. Und diese neue Webcam liefert uns ein wunderbares Bild auf K6. Jetzt im Bild und auch auf BA 19. Und ich nehme an, wenn BA 19 soweit fertig ist mit dem neuen Rad- und Fußweg und auch mit der neuen Baulogistikstraße direkt an der Kante zu BA 18. Dann geht es auch weiter mit K17. Diese Bauarbeiten werden dann auch direkt mit dem neuen Webcam zu beobachten. Ja, wenn man K17 in BA 18 bauen will, ist es natürlich geschickt, wenn man hier zum Beispiel die Betonpumpe hinstellen kann. Und die zweite wie gehabt da oben, denn wenn die K17 Schalung da angebracht ist, dann ist ja echt kein Platz mehr, um da gut arbeiten zu können. Für K6 reicht es noch. Aber dann wird es langsam voll. Ist ja auch gut so. Ja, beim Südausgang wird ständig armiert. Also ich denke, da werden wir bald mal einen schönen Bogen sehen. Also in Beton gegossen. Ja, und vielleicht habt ihr es beobachtet über die Webcams. K20 hat in der oberen Reihe die Vierkanthölzerumrahmung. Also außerdem wird die Innenschalung angebracht. Also könnte es theoretisch schon am nächsten Samstag soweit sein, dass hier betoniert wird. K 20 hat und geht um auf die Geburt an in der Oberfläche. Also va nochmal ein bisschen Glas. K21 ist. K21 ist. K21 ist. K21 ist. K21 ist. K21 ist. Norddeutscher Rundfunk Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao! Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.